Bonjour aus dem Rötzer Zentrum. Ich werde hier jetzt ganz mächtig den Franzosen raushängen lassen. Ich möchte hier meine Boulangerie im Rötzer Zentrum präsentieren. Und jetzt glaube ich, werde ich die Franzosen wieder einpacken und werden einmal reden. So, also, der Franzose im Rötzer Zentrum, den Bord nehme ich mir jetzt einmal runter, weil der geht mir am Arsch. Den biege ich mir da her und dann rötzer, der biegt da Requisitien, den biegt ja nicht einmal auf dem Ofen, der trägt. So, also, warum der Franzose im Rötzer Zentrum, sage ich euch auch, die haben das Rötzer Zentrum einmal in einem kleinen Bereich erweitert. Und zwar, das ist ein Backshop, wir haben den jetzt ein bisschen französisch angehaucht, damit wir keine Verwechslung haben. Das ist alles warum. Und zwar habe ich das Boulangerie genannt, das ist in Frankreich die Bäckerei. Das hat mir recht gut gefallen und sie haben traditionelle, wir können das einmal auf YouTube anschauen, die haben richtig traditionelle, was mir so gut gefällt, Bäckereien, richtig traditionelle. Und darum habe ich gesagt, ja, warum nicht, nennen wir das Boulangerie. Aber warum es Boulangerie Paula heißt, die Paula wiederum ist meine Großmutter, diese erzähle ich dann, ein bisschen später, ja. Aber jetzt einmal, warum, wir tun, eh, Juli, August, wandern wir ab 14 Uhr mit der Bäckerei herüber und haben herüben dann bis 21 Uhr offen. Und ihr kennt diese Parkwaren von der Bäckerei auch herüben in unserer kleinen Boulangerie, in der Außenstelle der Bäckerei, da herüben auch kaufen. Zum Preis natürlich von der Bäckerei und nicht von der Gastronomie. Also das Rötzer Zentrum, jetzt auf Spacherser Platz 8, hat einen kleinen Bereich dazu bekommen, das ist unsere Boulangerie. Ich wollte es nicht Parkshop nennen, weil sonst können sich kein Mensch mehr auswählen. Ihr könnt es auch sagen, bei der Paula, wenn ihr euch Boulangerie nicht merkt, sagt einfach, bei der Paula. Die Paula ist das herüben. Drüben ist die Bäckerei oder Parkshop oder wie immer, die ihr das auch nennt, drüben. Aber das ist hier die Paula oder die Boulangerie. Ihr könnt alles, was ihr drüben in der Bäckerei, wenn ihr bis 14 Uhr nicht Zeit habt, könnt ihr anrufen und können sagen, das können sie euch umlegen. Also das ist überhaupt kein Problem. Also ihr ruft zusammen und sagt, ja bitte, zehn Sämen oder drei Croissants. Das muss ja nicht französisch sein, aber zum Beispiel dieses unglaublich herrliche Choco-Croissant. Ja, könnt ihr einfach rein und könnt ihr in der Bäckerei anrufen und sagen, ja, legst wir es um in die Paula, ich hol mir es um 16 Uhr, 18 Uhr, 19 Uhr. 21 Uhr, geht auch noch. Und wenn ihr vielleicht blendet unten die Nummer ein von der Bäckerei, da gibt es auch ein Telefon, da könnt ihr euch anrufen und sagen, ja, geht es ja nicht aus, bis 14 Uhr wurscht. Ich hole mir es da herrüben an. Oder ihr könnt einfach zu viel herkommen. Wir haben immer ein Sortiment da und ihr könnt euch das aussuchen aus dem Sortiment, was wir da haben. So großes Sortiment wie in der Bäckerei haben wir natürlich nicht drüben, aber da ist ja auch nur die kleine, die kleine Tochter der Bäckerei. So und jetzt der Börner. Der Börner, das ist nicht der Franzose oder die Trottel haben die auch gehabt. Nein, das ist die Registrierkasse meiner Großeltern. Die darf ich euch jetzt zeigen und dazu erzähle ich euch eine ganz kurze Geschichte und die ist, bitte hört euch ganz kurz ab, weil die Geschichte, die kann was. Diese Registrierkasse, ich kann mich erinnern, wie ein ganz, ganz, ganz Drogen erinnern, aber wie so vier, fünf, sechs Jahre. Ich habe immer so gern da herum da. Da bin ich auf der Pool gesessen und ich habe immer immer gespielt und wenn der Großvater das gesehen hat, hat er immer geschickt. Greif das nicht aus, das ist kein Spielzeug, das ist eine Registrierkasse. Damals war das noch ganz anders. Da war das Einkommen, das Familieneinkommen, das hat alles Werte gehabt. Heute sind die Werte. Das ist irgendwie eine komische Zeit. Die damalige Zeit, da war der Groschen etwas wert. Da hat man gezählt, da haben wir aber auch die Semen auf kleine Semenwirbel zusammengeschnitten mit der Hand und haben es verkauft. Aber alles anders. Das ist irgendwie. Also diese Registrierkasse hat einen riesengroßen Wert für meine Großeltern, weil sie haben all ihr, alles, mein Großvater hat das Haus am Sprachkasserplatz 8, all das verdient mit dieser Registrierkasse. Das ist alles über diese Registrierkasse gelaufen. Und diese Registrierkasse, die Geschichte, die ist so cool. Die kann was. Das kann was. Weil, wie mein Großvater gestorben worden ist, hat mein Onkel diese Registrierkasse wem geschenkt? Irgendein Wiener Antiquitätenhändler oder verkauft, das weiß ich eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall war es weg. Ich habe mich unglaublich gekränkt, weil ich die hätte gern gehabt als Andenken. Und irgendwie habe ich einen Freund gehabt, einen Schlosser. Das war die Schlosserei Graf. Das macht jetzt der Hanse weiter. Aber der Graf Peppe war wirklich sehr, sehr guter Freund. Und der Graf Peppe hat mich irgendwann einmal angerufen und hat gesagt, hey, so hast du mal irgendwann krankst wegen der Registrierkasse. Ich habe in Köln eine Registrierkasse, die kannst du nicht mehr. Ich sage, Peppe, das hast du irgendwie falsch verstanden. Nein, das tut mir leid. Ich bin kein Registrierkassensammler. Es war nur die Registrierkasse meines Großvaters. Es war die Registrierkasse meines Großvaters, die für mich einen ideellen Wert gehabt hat. Sagt er, nein, komm vorbei und schau das einmal an. Dann sage ich, Peppe, mich interessiert die scheiß Kasse nicht. Ich will keine alten Kassen. Ich werde die, nein, komm vorbei. Ich denke, ich mache einen Arsch. Na wurscht. Gut, weil ich eh immer die Wurscht habe, mit dem man eine Achtel tut, ist ja ganz egal. Bin ich zum Peppe hingefahren. Und dann hat mir der Peppe die Kasse gezeigt. Ich sage, Peppe, das ist ja wirklich kein Zufall. Das schaut ja wirklich fast so aus wie die. Ich kann mich gar nicht mehr so erinnern können. Das stimmt eigentlich. Aber ich brauche es wirklich nicht, weil das hätte ja nur einen ideellen Wert gehabt. Na, draus einmal. So, ich weiß nicht, draus einmal. Was soll da draus? Weiß ich nicht. Ja, schon. Ja, ich habe es restauriert. Dann sage ich, ja, super. Funktioniert. Hast du gut gemacht, Peppe. Hast du echt super gemacht. Nein, nimm einmal die Lade raus. Ich sage, warte ich nimm einmal die Lade raus. Und da geht dahinter so ein Schnapperl. Und dann habe ich die Lade raus genommen. Und dann hat er gesagt, Horst, die Registrierkasse hat mir vor einem halben Jahr jemand gebracht, ob ich die reparieren kann. Ein Wiener. Und ich habe mir das angeschaut, dann habe ich mich ein paar Stunden damit gespült und dann habe ich es zusammengebracht und dann habe ich gesagt, na, da muss man aber schon was geben. Und dann hat er gesagt, nein, das freut mich nicht, die Registrierkasse interessiert mich nicht. Dann war ich angefressen, ob die Registrierkasse irgendwo hingestellt. Und zufällig nehme ich es, wie ich es außerdem drehe ich es um und da steht oben 1939 Franz Rötzer. Das ist die, die hat zu mir zurückgefunden. Diese Kasse hat zu mir zurückgefunden. Die Energie, diese Verzweiflung, die ich gehabt habe, weil das eigentlich von meinen Großeltern was ganz besonders war. Und irgendwie hat mich echt gekränkt, dass ich es nicht habe. Und der Pepe hat mir die Kasse dann geschenkt. Da heißt, ich schenke das. Das ist deine Kasse. Die hat einfach zu dir zurückgekommen, die Kasse. Die ist so ein Glück. Weißt du, weil ich wollte eigentlich auch nicht. Ich nehme auch die Lade nur zufällig raus und habe es umdreht und habe gesehen, das ist wirklich die Kasse von deinem Großeltern. Das hat mich so bewegt. Ich habe gleich zum Warnau angefangen. Die war gleich fix und fertig. Und dass mir das Pepe dann geschenkt hat, hat sich nicht einmal was geben lassen. Ich habe dann noch zwei zu acht rum mit ihm gesoffen und ich war fix und fertig. Wirklich. An dem Tag habe ich mir gedacht. Und heute, wenn ich das da bewege, ja, ich habe alle meine Kinder, habe ich gesagt, tut es einmal da irgendwas bewegen und dreht es einmal. Weil da schaut der Urgroßvater runter und wird sagen, greift es nicht an. Das ist kein Spielzeug. Nein, das ist eigentlich kein Spielzeug. Aber ich habe jetzt in meinem Büro stehen. Und wenn immer ich irgendwie habe, dann tue ich mir da Hilfe und sage, nein, Opa, tu was, mach was. Werde, wenn du dir am Rücken liegst. Ja. Der Warni lacht. Da liegen wir alle einmal. Das ist die Geschichte der Registrierkasse meiner Großeltern. Ist cool, gell? So. Also einmal lege ich jetzt nur noch im Geschichtsunterricht. Ich habe noch etwas. Diese Registrierkasse war schon weit rausgeklärt. Aber ich habe noch. Und zwar jetzt. Das ist das Originalschild eines Eiswarel, mit dem meine Großmutter, die Paula, an die Donauhaussee Eis geliefert hat. Das wurde damals mit Eisblöcken. Und da ist es Eis. Und da haben die halt kurz gehabt und haben sie das Waagel zur Donauhaussee geschoben und haben dort das Eis verkauft. Das ist ein bisschen Familiengeschichte. Ich muss sagen, ich halte diese, wenn ich das schülle, weil das ist das Originalschild, auch das habe ich in meinem Büro oben, das hat man schon irgendwie mit einem gewissen Respekt in der Hand. Weil was diese Frau, weil der Mann war eingesperrt, der ist in Sibirien gesessen. Das war leider Gottes, das war alles eine ganz schwierige Zeit. Warum ich das jetzt ein Paula genannt habe, mein Paula Schari, ja. Die Paula war ja schon ein ganz besonderer Mensch. Also die ist Flucht mit Kindern nach Schweden auf, mein Großvater eine russische Gefangenschaft, war eine ganz schwierige Zeit. Sie hat das alles geschafft, meine Großmutter. Und irgendwie ist diese Geschichte der Bäckerei, die die das alles durchgestanden hat. Und mein Großvater, der mir eigentlich am Sterbebet gebeten hat, mach es weiter, die Bäckerei heißt, ich weiß, du bist beim Eis, aber mach es weiter. Und irgendwie, die Geschichte meiner Familie, das ist was Besonderes und irgendwie, weiß ich nicht, ich halte das sehr in Ehren, weil das an Menschen, die unglaublichen Willen gehabt haben und unglaubliche Stärke, die haben da nicht leicht aufgegeben, die waren nicht irgendwie. Also, die Paula Schari heißt Paula, weil meine Großmutter die Paula war und weil ich glaube, dass das eine ganz besondere Energie hat. Und darum ist diese kleine Außenstelle meiner Bäckerei drüben jetzt da und ihr könnt ruhig sagen, das wollen wir bei der Paula. Die hat mir sogar gefallen, wenn das irgendwie im Sprachgebrauch so bleibt. Und ihr wisst jetzt, wie die Bäckerei auf Französisch heißt. Und jetzt braucht es nicht so, ich weiß das auch noch nicht so lange. Mir hat halt das nur so diese Geschichte, ich habe sehr viel über Bäckereien im Internet nachgelesen, weil mir das interessiert, weil ich selber eine habe. Und da sind mir das in den französischen Bäckereien aufgefallen, weil die so liebevoll und so traditionelle Backwaren gemacht haben. Und das war schon eh krassend. Ich würde jetzt sagen, wir werden uns, weil wir das ja ein bisschen französisch angekocht haben und wir auch gute Croissants haben, werden wir das jetzt ausklingen lassen mit einem leckeren Schokokroissant und einen ungefüllten Croissant und die sagen, wir werden uns von Segafredo, ich liebe diesen Segafredo Kaffee, das mit dem aromatischen, ich bitte, 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 ihr könnt alle vier Sorten, wir haben alle, alle Sorten von Segafredo, also alle ist ja ein bisschen übertrieben, wir haben vier Sorten von Segafredo, aber probiert es einmal den würzigen, den wirklich starken, den roten, den originalen, trinkt es einmal, probiert es einmal schwarz und ohne Zucker, am Anfang vielleicht etwas nicht, das nicht kennen, aber riskiert es einmal. Die Franzosen sagen Noir, der Café Noir, ich habe einen Petit Noir, ich habe einen kleinen, das weiß ich von meiner Frankreich-Urlaube und da war ich auch ein bisschen schockiert, wenn wir die Milch reingeschüttet haben, weil die Franzosen ja kein Englisch kennen und ich dachte, scheiße, wie mache ich das und dann habe ich mich schon durchgefragt und dann habe ich einen Kaffee bei die Noir und dann habe ich eigentlich immer einen super Kaffee gekriegt in Frankreich. Also, riskiert es einmal, ein Schokokroisau oder ein normales Kroisau vielleicht zum Frühstück und das war es jetzt wieder aus dem Rötzerzentrum. Das war es jetzt wieder aus dem Rötzerzentrum. Das war es jetzt wieder aus dem Rötzerzentrum. bis zum Frühstück. Bis zum Frühstück. Das war es jetzt wieder aus dem Rötzerzentrum. Bis zum Frühstück. Bis zum Frühstück. Untertitelung des ZDF, 2020